beim tag werden es war noch ganz früher sagt der josef aus sien schnee maria jetzt gehen wir zu zuerst drehen wir noch unseren kaffee mein gott dies wird heute was werden das schuhewerk ist auch so viel dünn ich wollte und ich hätte schon recht gern wir waren schon in bethlehem drin jetzt lasst er dabei lieber muhr es geht uns ganz gut was sagen muss das packen frisch und werden sie doch schon nix geschenkt so gehen sie hinaus bei der tier maria muss langsamer du es kann mir bald selber schon für der josef ganz gescheiter von nazareth braucht man ganz gewiss auf bethlehem um sechs stunden das heißt weil der weg sauber ist und bei einer richtig geh kommt so glanz auf korweiden wohl nicht ein schuh und nur drüber hat es geschneit maria bei 100 schritt geht es not dass es wieder stehen bleibt es geht bucke lauf bucke lauf am besten was denn aus dem wald hat der wind nicht gar so schüch da und war er nicht gar so kalt auf den mittag zu versperren sie wenig am halse bei gleich neben am rand sie müssten sind stuhr zu streng und sie essen eine nudel miteinander ein josef den jammert schon recht und während maria betracht da sagt er heut geht uns wohl schlecht und angst habe nicht dass du was macht sie zorgt ihm das freindlichste gesicht und josef das feucht nicht so weit die vater was hilft ins die geschicht weil sie haben ja auch nichts bedeutet sekt leideln so dapfer es gewesen kein augenblick hat sich nicht geräumt da könnten die weiber was denn ein beispiel daran haben wie mir scheint